Ich drück mal auf rechts, ich drück mal auf links. Und ein Ausrufezeichen kannst du sogar machen, das ist super. Das ist das Bremslicht. Nebelschlussleuchte haben wir noch nicht da drin. Götz! Gerrit! Na? Guck mal, was ich hier hab. Habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen? Nein. Viele von euch haben dieses Ding schon mal gesehen. Nämlich bei Facebook, wo der Vertrieb gerade die Sau durchs Dorf treibt. Immer wieder taucht diese Werbung auf bei mir und bei anderen. Was ist das? Ein Fahrradblinker. Ich drück mal auf diesen roten Knopf hier. Und dann geht er in lauer Stellung. Ihr seht den Blinken, oder? Genau. Ich will ja ein braver Radfahrer sein und immer erkennbar sein für die Autos. Ich halte natürlich auch meinen Arm raus. Aber im Winter, ja, da ist es manchmal sehr dunkel. Und dann reichen so leichte Reflektorenstreifen an den Ärmeln nicht, um gesehen zu werden. Dafür gibt es dieses Ding. Und wir, naja, haben diese Werbung so oft gesehen, dass wir irgendwann gesagt haben, jetzt wollen wir das mal testen für euch. Was dazu gehört, ist ein kleines Täschchen mit einer kleinen Anleitung, ein paar Kabelbindern, eine Halterung und der Fernbedienung. Und die ist nicht etwa kabelgesteuert, sondern per Funk gesteuert. Das ist bemerkenswert. Hier kann man einstellen. Links, rechts, vorwärts, rückwärts. Nein, rückwärts nicht. Kann man sich auf den Rücken schneiden. Hat hier so Gurte. Und hier ist ein Reißverschluss. Kann man aufmachen. Und dann sieht man hier den Akku. Das ist so ein flaches Ding. Das kann ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Aber hier kommt das Kabel raus. Kann man direkt an USB anschließen und aufladen. Ich habe hier auf deiner Anleitung gesehen, dass man das dann auch an Rucksack zum Beispiel machen kann. Oder gibt es da verschiedene Modelle? Man kann das angeblich so weit stellen, dass man das auch... Ja, das reicht locker. Man kann das locker über den Rucksack ziehen. So sieht das dann aus. Ist das ein Bild? Ja, ist ein Bild. Wir wollen jetzt gleich mal... Ich fahre jetzt gleich Götz mal mit... Ich mache mal eine kleine Richtungsanzeige. Da bin ich. Pfeil zeigt auf mich. Pfeil zeigt auf den Fahrradschubben. Da ist Gerrit wieder. Da fahre ich lang. Und jetzt meine Vollbremsung. Okay? Ja. Wir wollen das jetzt mal testen. Ich fahre Götz jetzt mal so ein bisschen hinterher und dann zeigt er mal die Richtung an. Genau. Wir müssen das erst mal am Lenker montieren. Das geht ganz einfach mit Kabelbindern. Das ist die kleine Halterung dran. Da kriegt man rucksack fertig. Blinkt die Fernbedienung denn mit eigentlich? Dass man Bescheid weiß, in welche Richtung man gerade blinkt? Genau. Das ist eine richtigste Frage. Und das ist mein erster Kritikpunkt, den ich an diesem Produkt habe. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Er blinkt kurz mit. Aber dann nicht mehr. Und man weiß dann nicht, dass der Blinker hinten noch an ist. Das ist nicht so wie beim Auto, dass man es hört oder so. Oma und Opa und alle hören es klok, 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 klok. Irgendwas ist noch an. Hier blinkt man weiter und meint, man ist in der Sicherheitszone. Das wäre jetzt sinnvoller, wenn das hier weiter blicken würde. Wird natürlich schlecht sein für den Batterieverschleiß, aber vielleicht gut für die Gesundheit. Da ist wahrscheinlich eine Knopfzelle drin. Ja, das wird Geld kosten auf Dauer. Was kostet das Teil insgesamt? Ich glaube, ich habe dafür 35 Euro bezahlen müssen mit Versand. Soll ich jetzt schon mal sozialkritisch werden oder später? Och, lass raus. Es kommt aus China. Es kommt aus China. Es ist eine DE-Webadresse. Und liebe Leute, da steht nirgendwo drin, dass es aus China kommt. Aber es kommt aus China mit dem Flugzeug nach Amsterdam. Geht dann über die deutsche Grenze mit anderen Verkehrsmitteln und dann direkt an die Haustür. Ja, du hast mir zwischendurch deinen Sendungsverlauf gezeigt. Der war ziemlich lang. Ja, das ist ziemlich unerhört, sowas nicht anzupreisen. Weil 35 Euro für ein Produkt direkt aus China ist schon mal. Dann irgendwie schon. Habe ich, dass es in China produziert wird, ist eh uns allen klar. Aber dass es dann als Einzelpaket mit einem Flugzeug versendet wird. Puh, das ist schlecht für den ökologischen Fußabdruck. Zumal das Päckchen wahrscheinlich nicht sehr groß wird. Aber wir wollen das Ding jetzt mal in Aktion sehen. Also ein bisschen haben wir es ja schon. Du bist das Ding jetzt. Kein ganz zip ab. Das ist dran? Ja. Das ist aber ak vorne. Danke hat jemand aus. Kein Design zu Instagram. Ganz ehrlich, man nimmt das Handzeichen doch eher wahr als dieses Blinken-Zeug da. Ja Gerrit, das war jetzt die erste Probefahrt, du hast mich verfolgt und wir haben gesehen, ich hatte große Schwierigkeiten bei der ganzen Hektik an der Kreuzung dann auch noch den Blinker wieder auszuschalten. Arm raus, Blinker raus, dann fährt man und muss noch schalten und dann, wenn man den Blinker hat, dass man den dann vergisst auszumachen. Das ist problematisch. Ich bin ja hinterhergefahren, für mich als hinterherfahrenden Radfahrer war das eigentlich sogar ganz spannend. Ich meine, du hast die Arme immer noch rausgenommen, aber die Richtungspfeile sieht man gut, finde ich. Ich fand das schwierig, diesen Ausrufezeichen, Stopp, da, also. In Kopenhagen macht er so, er sagt, bedeutet, ich halte an, das ist aber dann auch überall anders, aber wie will man dem Autofahrer das jetzt hier so beibringen, dass das bedeutet, ich halte jetzt an. Zweite Frage, StVO, wir haben ja die Hupe getestet, die nicht StVO-konform ist, wie sieht das hier mit dem Ding aus? Also, Handzeichen ist natürlich weiterhin ein Muss. Man wird das sicherlich benutzen dürfen, da macht man kein Problem draus. Aber, ja, also das Handzeichen muss weiterhin sein, aber es geht ja auch nicht darum, das Handzeichen abzuschaffen, sondern um sich sichtbarer zu machen und den Abbiegevorgang besser zu halten. So, jetzt bin ich zu Hause angekommen, 15 Kilometer, bin ich mit dem Blinker gefahren und ich muss sagen, es hat mir sogar sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt und denke jetzt daran, dass ich den ausschalten muss und man hat ein erhabenes Gefühl und was dem gut zugute kommt, ist natürlich auch, dass es fast nur geradeaus geht. Aber, ja, doch, ich muss sagen, ich werde ihn öfter benutzen und freue mich schon auf den nächsten Dezember. bis zum nächsten Mal.